Hallo, also es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich einer Freundin gewidmet, die mich vor circa fünf Jahren ins Krankenhaus gefahren hat, kurz bevor ich den Löffel abgegeben habe, ihr ein Lied aufgenommen habe, und zwar You've Got A Friend. Und ja, das hat eigentlich relativ coole und vor allem positive Resonanz hervorgerufen, sodass ich mich eigentlich ziemlich drüber gefreut habe und mir dann auch zur Gewohnheit gemacht habe, immer mal wieder, wenn mir ein Lied einfiel, was ich selber cool finde, dass ich das dann einfach aufgenommen habe. Und ja, darauf kamen dann wieder unterschiedliche Kritiken von wegen, da ist die Mundharmonika zu laut, da sind so viele Stimmen. Und ja, ich habe mir das alles zu Herzen genommen und versuche eigentlich immer, dadurch ein bisschen besser zu werden. Und jetzt allerdings ist es aber so, dass viele Leute mich eher so Sachen fragen, sag mal, den ganzen Kram, den du hast, was kostet das? Und ist das Einsteigerzeug? Und was würde das denn eigentlich kosten, wenn man damit anfangen will, so als Laie? Und dann habe ich mir immer Gedanken drüber gemacht und habe nicht nur das gemacht, sondern ich habe mich auch mal umgeguckt bei YouTube. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Also da gibt es unterschiedliche Typen. Der eine Typ ist der, der mitverdient. Der schlägt natürlich dann auch meistens die Dinge vor, an denen er mitverdient. Anders sind Affiliate-Leute, das ist was ganz anderes. Die sind noch relativ cool. Die sagen dir dann einfach nur, hey, hör zu. Wenn du da drauf klickst und es kaufst, dann kostet es dich keinen Cent mehr und ich selber kriege aber auch was dafür. Und kann dann zum Beispiel auch andere Sachen, für die du dich interessierst und in meinen Kommentaren sagst, dass sie dich interessieren, einfach mal sagen, hey, mich würde es interessieren, dass du mal das testest. Ich habe vielleicht Interesse, mir das dann zu kaufen und würde aber vorher gerne wissen, wie ist das? Ja, ich rede hier vom Tech-Bus. Das ist einer, den ich selber sehr gut finde und der mich heute auch ein bisschen dazu inspiriert hat, dieses Video hier zu machen. So, der zweite Typ ist der Typ mit keiner Ahnung. Das sind die Leute, die dann einfach irgendwie ein Video machen und keine Ahnung, auf Klicks geil sind oder sonst irgendwas. Ja, aber dann teilweise auch wirklich die Sache dermaßen verhauen. Zum Beispiel habe ich einen gesehen, der wirklich den Kanal komplett hochdreht und dann sagt, guck, wenn ich jetzt an dem Genregler ein Stück hochgehe, dann klingt das total scheiße. Ja, am besten wäre es eigentlich, du gehst auf 0 Dezibel und regelst dann am Genregler so weit, bis es gut klingt und nicht eins komplett aufrotzen und das andere zulassen. Aber okay, gut in Ordnung. Und das dritte, das sind die Leute, die selber ein gewisses Niveau haben und dann dadurch denken, jeder, der drunter irgendwie wäre, wäre nichts wert oder er müsste sich jetzt den gleichen teuren Scheiß kaufen, wie er hat. Finde ich genauso bescheuert, ja. Also, bin ich ganz ehrlich. Ich kaufe mir auch kein Ferrari, wenn ich nur durch 30er Zonen fahre. So, gut. Also, das wären jetzt so die Sachen. Ich habe mein Equipment hier mal zusammengestellt und habe es aber auch nochmal geteilt in zwei Bereiche. Und zwar, der eine Bereich ist, möchte ich nur etwas mit Sprache machen oder möchte ich auch singen oder auch ausschließlich singen? Also, was für Singen gut genug ist, ist dann für Sprache echt nicht wirklich schlecht. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Eher andersrum gibt es einige Mikrofone, die für die Sprache sehr gut sind, aber für Singen schlecht. Also, okay, auf den Neumann 87 trifft es jetzt nicht unbedingt zu, auch wenn es das Radiomikrofon genannt wird. Aber also, über das kannst du auch sehr gut singen. Kein Problem. So, fangen wir mal an mit Gesang. Als allererstes war hier die Frage. Mischpult oder Interface? Also, Mischpult will ich jetzt nicht generell abraten. Kann man machen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich hier die Vorteile definitiv beim Interface sehe. Und zwar sehe ich hier folgende Vorteile. Die niedrigpreisigen Mischpulte, die haben einen kleinen Equalizer in der Regel, ja, Höhen mit den Tiefen, haben einmal zum Aussteuern und oben Gain. Und das war's. Und meistens hast du da dann auch noch den Nachteil, dass die Phantomspeisung keine 48 Volt hat, sondern meistens sind es dann 15 Volt. Hier bei dem Behringer Interface, was ich jetzt rausgesucht hatte, das wäre das Beringer. Ja, ich weiß, Beringer oder Beringer. Da scheiden sich die Geister. Es ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptabzugsmarkt in den USA und Produktionsstätten in China. Also, ich denke, beides geht. Aber okay, gut. Da ist schon genug Amerikanismus um uns rum. Also, ne, es ist Beringer. Also, das Beringer UM2 Euphoria ist ein Interface, ein USB-Interface mit einmal einem Xenix Preamp, Mic Preamp. Das sind auch die, die hier zum Beispiel in meinem Xenix-Mischpult drin sind. Und die sind echt saugut. Auch wenn viele bei Beringer meckern, von wegen V-Args rauscht. Ich sehe das nicht so. Da haben wir einmal einen XLR plus Klinkgestecker. Also, diese kombinierten, so wie sie hier auch sind. Ja, das hängt damit zusammen, dass ich da dann relativ frei bin, was ich für ein Kabel benutze. Ob ich eben ein XLR oder ein Klinkenkabel benutzen werde. Des Weiteren habe ich dann nebendran noch ein Klinkenkabel für, Instrumente, sprich also Bass, E-Gitarre, E-Drums, Synthesizer, Keyboards, kann man alles da anschließen. Ein Direct Monitor Schalter haben wir und ein Klinkenkopfhörerausgang. Und hier, ganz interessant, hier haben wir 48 Volt Phantomspeisung. Und zwar nur 48 Volt. Wird angemacht, wenn man sowas wie ich hier benutzt. Ein Großmembran-Studio-Mikrofon lässt man ausgeschalten, wenn man ein dynamisches Mikrofon benutzt. Auf der Rückseite hier bei dem, ganz interessant, haben wir neben dem USB-Ausgang dann auch noch ein Stereo-Ginge-Ausgang. Das ist relativ cool. Kosten tut das Ganze. Ich verlinke es und zeige auch Bilder dazu. 32 Euro. Gut, kommen wir zu Punkt 2. Das wäre der Kopfhörer. Bei Kopfhörern kann man sich auch Blöd kaufen. Ich habe vom TechBoss einen Tipp beachtet, beziehungsweise mehrere haben den Tipp gegeben, aber er hatte eigentlich am Schluss das beste Review, was das anging. Da geht es um den hier. Der Superlux HD 681. Das ist ein richtig geiler Kopfhörer. Der schießt so einige im Bereich um die 100 und 100 plus Euro ohne Probleme ab. Kostenpunkt 20 Euro. Das einzige, was ich euch empfehle, Leute, ist, legt noch die Kohle drauf und holt euch die Velour-Pads. Denn mit den Kunstleder-Pads werdet ihr nicht glücklich. Das siffen die Ohren. So, das wären also 19 Euro. Ohne die Velour-Pads, die rechne ich jetzt hier nicht mit ein. Als nächstes käme dann das Mikrofon. Und beim Mikrofon muss ich dazu sagen, habe ich jetzt was gefunden, was ich vorher nicht gesehen hatte und mir eigentlich jetzt, wenn ich eins brauchen würde, selber kaufen würde. Und zwar ist das das Set vom Fame CM2. So, das ist ein Set für 59 Euro beim Music Store und das beinhaltet einmal das Mikrofon selbst, dann ein Mikrofon-Stativ, einen Popfilter und ein XLR-Kabel auch schon. Wobei ich jetzt hier nicht sehe, was das für eine Länge hat. Ach doch, drei Meter. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Popfilter, Mikrofon-Stativ. Das ist ein Einhand-Stativ. Das finde ich zum Beispiel auch sehr nice. Das ist etwas, was ich jetzt momentan gerade brauche, weil ich das bequemer finde, als das Stativ jetzt in der Gesangskabine, die ich mir gerade baue. Ja, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, alles, was hier jetzt noch fehlt, wäre eine Spinne und die kriegt man bei Tonmann für einen Zehner. Holt nicht die für 7,99. Die ist scheiße. Die habe ich auch, da kriegst du kein großes Mikrofon rein. Die benutze ich hier für meinen SM57, aber für richtig dicke Großmembranen-Mikrofone ist die nicht gut. Also nehmt die Spinne für einen Zehner. Und damit sind wir da dann auch schon durch, denn Art of City, womit ich hier jetzt auch gerade aufnehme, ist ein Freeware-Programm. So, jetzt will ich aber die Leute, die natürlich mehr Geld haben, nicht vor den Kopf stoßen. Zunächst mal könntet ihr für 70 Euro, ab 70 Euro, natürlich gibt es noch ganz andere Sachen, M-Audio, GBL und B&W, was auch immer, aber für 70 Euro plus könntet ihr euch zum Beispiel die aktiven Nahfeld-Abwehrmonitore Samsung Media One BT3 holen. Das ist der Paarpreis und die sind für den Preis auch wirklich vollkommen in Ordnung. Und ja, in Bezug auf Aufnahmesoftware, wir haben jetzt hier ein paar Effekte und Filter mit drin. Allerdings haben wir keine VST-Instrumente zum Beispiel. Und was das angeht, habe ich jetzt zwei Sachen rausgesucht, die ich auch übrigens in meinem Fall wirklich so gemacht habe. Also zunächst mal, ich bin einer der wenigen, die jetzt die eigentlichen Aufnahmen nicht mit Cubase machen. Im Normalfall auch nicht mit Art of City, sondern ich mache die mit Magix Sampleitude Music Studio 2016. Bei Pearl kriegst du das für 15 Euro. Und ich muss dazu sagen, es ist kein Deutsch schlechter als Cubase. Das ist wirklich so. Also da gibt es zigtausend Leute, die dann irgendwie sagen, nee, Magix ist alles ramsch. Ja, dürfen die ja ruhig sagen, kein Problem. Ich selber sage, es ist kein bisschen schlechter. Ich meine, wenn wir jetzt in die absolute Profi-Richtung gehen bei Cubase, dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Ja, aber selbst dann kann man ja zum Beispiel auf Samplitude Pro X wechseln und ist dann bei Magix im professionellen Bereich. So, also 15 Euro Magix Samplitude. Oder wer jetzt wirklich sagt, ich kann nicht ohne Cubase, der kann Folgendes machen. Und zwar, es gibt ein Heft, genannt Keys. Und dieses Heft kann man immer noch nachbestellen und zahlt 17 Euro für dieses Heft. Und da ist Cubase LE9 drin. Und sobald man das installiert hat, ist das allererste, was Cubase macht, es sagt dir, du bist ja gar nicht auf der aktuellen Version. Also, hast du Bock abzudaten, du kannst kostenlos Cubase LE9.5 haben. Und das ist dann auch die aktuelle Version. Das heißt also, roundabout 15 Euro, wenn ich eine bessere Software mit VST-Instrumenten haben will und ich selber kann für mich selbst dann eben auch entscheiden, hätte ich gerne Magix Samplitude oder hätte ich dann eben lieber Cubase. Es gibt natürlich auch noch Mischpulte und Interfaces, bei denen ist Software dabei. Aber bitte kauft nicht wegen der Software irgendwelche Hardware. Das ist Scheißdreck. Und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, meistens ist es dann auch Cubase, was dabei ist, was ihr hier für 17 Euro kriegt. Also von daher, ja. Und das, was bei vielen anderen dabei ist, sind dann so Sachen, die hier jetzt nicht so häufig gesehen sind, wie zum Beispiel Pro Tools. Das ist eine gute Software. Die ist nicht schlechter als Cubase. Man kann eigentlich sagen, in den Staaten ist Pro Tools ein bisschen das, was hier im europäischen Markt Cubase ist. So von der Verbreitung her. Aber ihr werdet euch hier mit weitaus mehr Leuten austauschen können, wenn ihr jetzt zum Beispiel Cubase nehmt und in Bezug auf Pro Tools, selbst mit Magix werdet ihr noch mehr Leute finden, mit denen ihr euch austauschen könnt, als wenn ihr jetzt Pro Tools nehmen würdet. So. Punkt 2. Die Sprache. Bei der Sprache muss ich ganz ehrlich sagen, ändert sich gar nicht viel, denn wir haben hier dasselbe genau, wir haben dasselbe Interface, das Behringer UM2 Euphoria für 32 Euro. Wir haben den Superlux HD 681 mit vielleicht den Velourpads. Wenn es nur um Sprache geht, als Einsteigermikrofon, da gibt es ein Set. Und zwar ist das das, also jeder, der jetzt sich arg auskennt, wird sagen, echt jetzt. Aber man muss dazu sagen, die Reviews selber, die sind von dem Ding wirklich nicht schlecht. Und zwar ist das das Newer NB700. Und da gibt es tatsächlich ein Set mit Mikrofonarm, dem Mikrofon selber, mit Spinne, mit Popschutz, für 25 Euro. Alles, was jetzt noch dazu zu rechnen wäre, wären 9 Euro, circa habe ich jetzt einfach mal veranschlagt, für ein Kabel. Und somit wären wir dann also insgesamt, wenn wir AutoCity benutzen, bei Gesang bei 120 Euro für alles insgesamt und bei Sprache bei 95 Euro für alles insgesamt. Ich stelle euch das dann nochmal zusammen, damit ihr es seht und packe es als links unten rein, dass sich die Preise irgendwann ändern, dafür kann ich nichts. Also es kann natürlich dann irgendwann mal sein, dass man für Gesang dann statt 120 Euro 140 Euro bezahlt, vielleicht aber auch mal nur 111 Euro. Also je nachdem. Und es geht ja um die Artikel selber. Die kriegt ihr ja nicht nur auf den Seiten, die ich jetzt verlinke. Ja, also ihr könnt ja dann einfach auch die Bedrucktbezeichnungen kopieren und mal bei Google einfügen und gucken, zahle ich jetzt bei Thoman mehr als bei Konrad? Zahle ich bei Konrad mehr als bei Music Store, Musikproduktiv und wie sie nicht alle heißen? Da könnt ihr ja rumprobieren. Das wären jetzt meine zwei Sachen. Für Einsteiger einmal bei Gesang circa 120 Euro und bei Sprache 95 Euro. Und deswegen lasst euch nicht von anderen immer voll labern von wegen, dass ihr unter 400 Euro nicht anfangen könntet. Früher haben wir ein kleines Ansteckmikrofon und einen Kassemregal gehabt und haben angefangen. Also von daher, je schlechter euer Equipment am Anfang ist, desto mehr strengt ihr euch an, selber so viel, so gut wie es geht, schon vorm Mikrofon besser zu arbeiten. Das ist so. Das heißt nicht, kauft euch Scheißdreck, damit ihr selber besser klingt. Nein. Aber lernt durch das Kompensieren der eher schlechteren Hardware besser selber bei der Aufnahme zu werden und nimmt das dann mit, diese Qualität, auf die neue Hardware und ihr werdet wirklich schon sehen, was ihr in einer kurzen Zeit für einen Riesensprung macht. Und vor allem auch ganz wichtig, in Bezug auf die Software und die ganzen Effekte und Kram und hin und her, lest euch wirklich durch, was wie funktioniert und benutzt nicht zu viel davon. Also ein bisschen Hall auf der Stimme ist ganz okay, wenn ihr jetzt wisst, dass da zum Beispiel Passagen drin sind, wo ihr auch mal lauter schreien müsst, dann irgendwie einen Kompressor drüberlegen und so. Alles überhaupt kein Ding, ja. Aber dann irgendwie ist total zu übertreiben und dann da noch ein bisschen und hin und her. Nee. Also mein Tipp fürs Mastering ist immer, gerade in Bezug auf die Sache, wenn ihr was gecovert habt, wenn ihr selber mastern wollt oder die Aufnahme verbessern, ich will es jetzt nicht unbedingt mastern nennen, wenn ihr der Aufnahme den Endschliff gebt, dann hört euch das Originallied mal an und orientiert euch im Mischungs- und Lautstärkeverhältnis von Gesang, Stimme und Instrumenten und den einzelnen Instrumenten zueinander an der Originalaufnahme. Außer ihr sagt jetzt zum Beispiel, okay, ich hätte jetzt bei der Aufnahme das Hi-Hat gerne lauter, weil ich keinen Metronom benutze oder sonst irgendwas. Alles machbar, ja. Aber viele Leute neigen dazu, einfach was zu benutzen, weil sie wissen, wie es funktioniert, sie es in dem Moment aber überhaupt nicht brauchen würden und sich und der Aufnahme damit überhaupt keinen Gefallen tun. So. Und das war jetzt mein erstes Video, in dem ich einfach nur gelabert und gelabert und gelabert und gelabert habe. Aber es ging mir halt auch einfach mal darum, dass ich mit dem alten Klischee aufhöre, man bräuchte jetzt die Unsummen, um damit anzufangen. Das Wichtigste ist vielleicht noch die Räumlichkeit, in der ihr die Aufnahmen macht. Aber ich denke, selbst da mit den Sachen, die ihr jetzt da habt, könnt ihr dann schon mal richtig gut was anfangen. Und falls ihr es macht, wünsche ich euch dabei auch richtig viel Spaß. Also, bis dann. Ciao.